Stell dir vor, du wärst im Jahre 1563 geboren. Du brauchst einen Schuldigen. Wir haben in der Stadt eine wahre Hexenplage. Das soll man auf den nächsten Scheiterhaufen werfen. Das kann ja nur eine Hexe gewesen sein. Wir wollen nun also eine finden. Ich werde dich immer lieben. Sie würde mir das nie erzählen. Du wirst uns sehen, was du davon hast. Eure Exzellenz, ihr habt mich rufen lassen. Meine Schwester ist eine Hexe. Einmal geklagt kommt man hier nicht mehr raus. Komm zu meinem Kurs, wie man eine Hexe zum Gestehen bringt. Ich hol dich hier raus. Eigentlich dürfen wir sie nur dreimal folzern pro Tag. Aber... Siehst du jetzt, was sie für eine Schlampe ist? Ich hoffe, du vergisst diesen Anblick niemals. Oder willst du nochmal auf die Streckbank? Los, beweg dich! Eine Intrige ist das hier. Ich liebe dich! Ich liebe dich!